Also, herzlich willkommen zu unserer Präsentation, zu unserem Spiel, zu unserer kleinen Browser-Applikation. Wir haben ein Spiel entwickelt, wir haben uns nämlich dem Problem gewidmet, dass AGBs, also allgemeine Geschäftsbedingungen, meistens viel zu lang sind und sehr, sehr unnötig ausformuliert sind und deswegen haben wir uns überlegt, es wäre doch witzig, anhand eines kleinen Minigames in Form von so einem typischen Galaxy-Space-Shooter-Game, diese AGBs sozusagen zu kürzen, im Sinne von zu zerschießen, also überflüssige Sätze sozusagen, die man denkt, die man nicht braucht, sozusagen rauszuschießen, also schießen, und dann die gekürzten Versionen aufgefangen werden und dann gekürzte Versionen ausgegeben werden, die man sich dann angucken kann. So, wie ihr jetzt hier seht, ist das die Startseite, also das ist jetzt, das Ganze ist mit HTML programmiert, CSS natürlich da noch zum Verschönern und ein bisschen JavaScripts auch dabei, aber alles in einem noch recht einfach gehalten, die Seite. Auf Start. Wenn wir jetzt starten, sehen wir das ursprüngliche Game, das lädt, jo, dazu, naja. Das ist auf dem Browser nicht ganz angepasst, das lässt sich nämlich nicht ins Vollbild setzen, leider, also nicht ins ganze Vollbild, aber es ist immerhin so. Zu dem Spiel, man sieht, man hat eine klare Rakete und AGB-Bruchstückchen, die von oben nach unten fallen, also wirklich im Sinne eines typischen Galaxy-Shooter-Games und man kann die, also man kann die abschießen und eigentlich soll es dann jetzt sozusagen noch so werden, dass man dann die gekürzten Versionen sozusagen aufhängt und dann gekürzte Versionen der AGBs sozusagen ausgegeben kriegt und sich die angucken kann und die sollen dann auch noch mit Likes und Dislikes versehen werden können im Sinne von, das ist eine gute gekürzte Version, dann kann man sich dann irgendwann mal Versionen davon anschauen, also verschiedene Versionen und das ist so generell die sozusagen ja Idee und das ist die Ausführung des Games. Geh zurück. Marius, Marius, geh mal zurück. Hab ich. Dann haben wir noch eine Anleitung hinzugefügt, einfach um es nochmal zu erklären, ich meine, ich habe es jetzt gerade schon erklärt, aber das ist generell jetzt die Anleitung. Zurück. Dann haben wir schon mal natürlich am wichtigsten Credits eingefügt, dafür haben wir jetzt zu JugendHack natürlich, weil das Ganze ist ja von JugendHack deswegen, also von JugendHack organisiert und im Sinne von JugendHack entstanden, deswegen haben wir natürlich JugendHack verlinkt, außerdem dann noch die anderen JugendHack-Portal sozusagen und von uns selbst jeweils eine Webseite oder ein, nee, das habe ich nicht geschrieben, das war Henry. Ja, und von uns selber dann jeweils noch ein bisschen Informationen dazu. Geh zurück. Und sonst haben wir oben an der Seite noch ein Menü, eine Menüleiste eingefügt, links, links, oben, die drei Striche. Eine Menüleiste, wo jetzt bisher nur die AGBs in der Mitte funktionieren, wenn man da drauf geht, dann sieht man, dass man, sieht man die AGBs, die wir, sieht man nicht, egal, die AGBs, die wir verwendet haben, also jetzt in dem Fall von ein paar Zeitungen, von eBay, Amazon, größeren Portalen für verschiedenste Sachen, aber auch von kleineren Sachen wie Buchhandlung Bräuninger und von diesen, also bisher sind es jetzt nur die, von den AGBs werden sozusagen die Bruchstückchen dann in diesem Spiel von unten nach unten runterfallen. Ich kann noch ganz kurz den Code zeigen von dem Game, da muss man auf Sulib gehen, unten. Ja, nicht im Borsa, die App unten, Taskleiste. Ja. Und da ist irgendwo bei privaten Nachrichten oben. Ach so. Ja, Gott. Jetzt kommt mal runter. Ja, bei, ach, sehr egal. Also, Theorie... Warte, darf ich hier rein? Ach so, oder darf ich eigentlich nicht? Okay, dann nicht. Dann müssen wir den Code eventuell nicht zeigen, dann kannst du aber nochmal das Game öffnen und ein bisschen erklären, wie du das Game programmiert hast. Weil das Game habe ich jetzt nicht programmiert, oder ich und Henry, das war Marian. Deswegen starte es einfach nochmal und erkläre ein bisschen. Also, ich habe das eigentliche Game auf Sulib programmiert, heißt, ich habe die Rakete und den Loading Screen und ich habe das Game programmiert, die anderen haben das drumherum programmiert. Das Game ist mit Sulib gemacht, ähm, mit Snap gemacht. Während das Spiel lädt, während das Spiel lädt hier, wird ein Text in Kostüme zerteilt. Diese Kostüme werden dann, wird dann von einem Klon angezogen, die fallen dann gleich runter. Wenn ich dann mit dem Mauszeiger klicke, dann kann ich diese Texte abschießen. Es ist jetzt leider noch ziemlich klein, wir haben nicht mehr alles hingekriegt, aber, ja, dann kann man das abschießen. Und das, was man durchlassen will, das lässt man durch. Und theoretisch kann man sich das alles ganz am Ende dann anzeigen lassen, aber das dauert. Das sind, bei dem Text sind das 241 Textstücke. Das dauert definitiv. Und, ja, ich habe das, wie gesagt, mit Snap programmiert. Den Hintergrund und die Rakete und auch den Loading Screen habe ich alles selber gezeichnet, auf Pixel Art oder so. Und, ja, das war es auch von meiner Seite. Vielen Dank.